Sag mir wo der Marshall ist. Ok, Buluk und Usinat. Das ist ganz warm, das ist durchgelaufen. Der müsste hier jetzt Richtung Rivachek gehen. Das ist Meriga. Ich höre, ihr habt unseren Fürst König Jarek die Träge schworen. Kämpft halt gegen uns Freunde, respektiert die, die euch hier überlegen sind und integriert mich nicht und wir werden beste Freunde sein. Wer, wer sollte an sich nach das Lehren von Buluk Yaribe erhalten? Boah, ich habe sie errobot. Wer hätte die im Sinn? Mich. Kann ich mich, mich? Meint ihr, wir können zusammen an der Verbesserung unseres Standes in diesem Reich arbeiten? Eure Beziehungen zum Boyard-Gast-Dia sind nicht so, wie sie sein könnten. Da er mein Sohn ist, kann ich ihn direkt versuchen, eure Stärktheit zu melden. Der beste Weg, dies zu tun, wäre vielleicht ihm ein Geschenk zu geben. Eine mit Pelz verbrämte Samttruppe vielleicht. Falls ihr mich mit einem Ball Samt und einem Stück Pelz versorgen könntet, kann ich eins gemacht bekommen und es ihm schicken. Samt und Pelz. Die Idee gefällt mir. Es ist zwar teuer, aber ja, das kriegen wir schon hin. Ich werde nicht vergessen, wie wir zusammen Buluk Yaribe erinnahmen. Es war mir eine Ehre, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Mein Fürst, ich möchte ein Lehren, das ihr mir überantwortet habt, an euch zurückgegeben. Nein. Wer sollte eure Ansicht nach das Lehren von Buluk Yaribe erhalten? Ich unterstütze Boya Belgaru. In dem Fall sollte die Festung hin gehören, der sie errobot hat. Ich werde euch sagen, wenn ich unterstützen will. Ich werde eure Wahl unterstützen, Boya Belgaru. Ich werde Boya Belgaru davon unterrichten. Er wird zweifelsohne für euch unterstützen und dankbar sein. Ok, Reivantin. Schulden zurückgeben. Steuerschulden abzahlen, die sie haben. Durch böse Sachen. Nein, nein, sie zwingen die Steuern endlich zu zahlen. Gehts noch. Seid wie Uli Hoeneß. Das geht mal gar nicht. Ja, wo gehst du jetzt hin? Ach komm. Haben wir noch eine andere Quest? Boya Castilla aus dem Flesenburg Tellrock. Burg Tellrock. Okay. Das machen wir. Das machen wir. Und noch kurz Speichern, sehr wichtig. König helfen, ja. König helfen, ja. König helfen, ja. die Steuern endlich zu zahlen. So. Und noch kurz dringend ist. Guck mal. Ja, jetzt kann ich die Steuern hin Mira die Steuern nicht mehr machen. Ähm... Nein, ich muss. Ich muss. Ich muss jetzt rein? Okay, Freier kämpfen. Nein, nicht so. Nein! Wie soll ich das schaffen? Ich hab doch nur... Was ist das? Ein Wurf. Ich kann das so nicht schaffen. Wieso... Das ist unmöglich mit dem Stab. Ich steck nur fest. Fickt euch, ihr elenden Schweine. Wieso muss das so unfair sein? Ich geh doch nicht mit einem Stab in eine Burg rein. Was ist denn los? Das ist nicht nur dumm. Da haben die Entwickler einfach nichts gedacht. Wenn ich schon aufliege, dann mit einer Zweihand-Axt. Das würde jeder machen. Oh je, wieso ist das Game so schlecht hinter der Acht? Ähm... Aufgaben. Spiel-Log. Bug-Yeriba wurde von Yaltuya vom Nordkönigreich belagert. Schon wieder? Okay. Ist mir egal. Was können die anderen jetzt machen? Ich werde T-Log befreien. Oder ich werde kurz ihnen probieren zu helfen. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. Mal schauen. Wir sind leider sehr langsam, weil wir viele Sklaven bei uns haben. Sie hauen ab. Hilfen wir ihnen lieber. So. Bekommen wir noch ein bisschen Beziehungsbonus über. Wir haben F2. Nein. F3. Nein. F1. Wir haben hier noch. Aber schneller. Ihr Idioten. Ihr seid so dumm. Seht ihr nicht, dass wir alle eine angreifen und die anderen nicht? Wir müssen warten, bis die angreifen. So. Hat noch ein bisschen. Die sind auch ein bisschen defensiv. Stoppt mal. Greift an jetzt. Greift an jetzt. Gut. F1 zum Angriff. So. So. Sehr schön. Da sind noch welche. Toll. So kann man nicht kämpfen, wenn alle im Weg sind. Von unseren eigenen Einheiten. Man sollte es so machen, dass die eigenen Einheiten kein Ding haben, dass man durchlaufen kann und auch wenn man schlägt sie nicht den Schlag behindern oder so. So. So ist es nicht gut. So und hier ist noch einer. Okay. Der ist auch tot. Okay. 3 verwundet. Macht nichts. Gut euch hier zu sehen, Drago Basler. Aha. Wir haben jetzt den Schweinen aber gezeigt. Was? Okay. Jetzt nehmen wir die Seeräber raus. Und nehmen die rein. So. Veteranreiter. Infanterist, nicht Reiter. Und Lederhandschuhe. Dass man so etwas noch bekommt. Ja. Nehmen wir einfach mal mit. So. Jetzt werden wir nochmal kurz mehr Riege ansprechen. Okay. Ähm. Jetzt wird euch hoffentlich nichts mehr... Es wird euch nichts mehr passiert. Ähm. Passieren. Und ähm. Ja. Wir haben hier nichts zu reden. Ja. Ich muss mich euch jetzt empfehlen. Das. Wo. Äh. Der. Dieser Satz. Okay. Dann werdet ihr diese jagen. Und ich werde... ...nach Telerock gehen. Hm. Mist. 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 Ja. Es interessiert mich wirklich nichts. Hm. Speichern als König helfen. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Was ist... Hä? Was haben wir wieder? Wir wurden wieder entdeckt. Da haben wir wieder keine Chance. Wir gehen jetzt... Unbedingt auf diesen höher warten. So. Wo. Oh John. Das war's für heute. Das war's für heute. Das schaffen sie nicht. Das war's für heute. 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 Wie sollte man das schaffen? Wie? Ich habe eine Idee. Ach komm, geht jetzt in die Burg. So, jetzt machen wir den Stab schon mal bereit. Dann müssen wir hier hinten durch. Okay. So. Was? Das ist unfair. Das ist unfair. Den da. Ach Mist. Das ist nicht gut. Und... Das ist einfach nur dumm. 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 Das ist verraten. Was ist denn los? Muss ich jetzt immer so angreifen? Wie viel haltet er aus? So. Ich hoffe es ist bald ein Turnier und ich kann mal in Stabkampf ein bisschen leveln. Ja, wir schaffen es.